Das ist schöne Farbe! Guck mal, Manuela, wir können deine Farbe damit dann feststellen. Guck mal. Nicht so? Ja, guck mal, sowas hier. Du willst mehr bläulichen Türkis als grünlich, oder? Aber ich mache jetzt noch nicht die ganz leuchtenden Farben. Die Effekte kommen später drauf. Deswegen nicht sofort die Leuchtfarben wollen. Das kommt alles später. Das ist erstmal so. Ich gucke mal, das ist jetzt nicht die Farbe, was du willst, aber dazu passt das erstmal besser und obendrauf machen wir andere Farben. Genau, das ist erstmal. Und dann obendrauf kommen die andere Farben. Wofür ich machen würde das mal haben? Wo musst du das sprechen? Musik Musik